Hallo Leute, ich bin's Arden und zwar ich spiele heute Huawei Jungle. Ich war sehr lange nicht aktiv, weil ich in Deutschland war und weil ich halt ein bisschen mehr für die Schule arbeiten musste. Und ja, Rune und Masteries werde ich auch später halt zeigen, was für Rune und Masteries ich habe. Derzeit bin ich Platin 5 mit 0 Punkten, denke ich mal. Ich habe zwei Spiele verkackt, weil ich um starke Legs hatte. Egal. Und ich finde es auch nicht peinlich, wenn man Huawei spielt. Also es gibt manche, die sagen, kein Skinchamp oder das, sagt es immer zu denen, hat der Schnauze. Immer so, hat der Schnauze. Okay, ich habe es nicht so viele Antworten angeschaut. Und Janet Abdi, rassiere dich alle mit Schnauze. Ich rassiere gegen den Strich, ihr Pimmelberger. Es gibt solche fähigte Missgeburten, ich sage. mit der Schäuze. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020